Ich bin im Knie auf Bauch. Mein Knie ist auf dem Bauch, das andere Knie zeigt zur Decke. Ein Hand ist auf der Schulter, die andere Hand am Gürtel. Damit ich jetzt vier Punkte für den Reiter holen kann, muss ich als erstes diesen Arm nach oben bringen. Ich versuche nun den Arm nach oben zu bringen, wie mit einer Spinne mit dem Finger. Nun rutsche ich mit dem Knie drüber und bin im Reiter. Noch einmal mit ein bisschen Gegenwehr. Amen. Vielen Dank.